Sie können bei uns einkaufen unter shop.recentapp.com, unter anderem das hier, unsere Masterclass Denke wie ein Geheimdienstler, lernen Sie von den Gewinnern, lernen Sie, worauf es wirklich ankommt. Ja, und gerade auch wenn wir jetzt halt eben dann reden über die AfD und Höcke und so weiter und die Ermittlungen und der Verfassungsschutz, der jetzt seinen neuesten Bericht rausgehauen hat, den großen Jahresbericht, wo eigentlich nie irgendwas drin steht, außer langweilige Statistiken und Dinge, die man in jeder Zeitung findet. Wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, wenn man den Background kennt, wenn man sich da tiefer reingearbeitet hat, dann ergeben sich halt nochmal ganz andere Rückschlüsse und davon kann man halt sehr viel lernen, da kann man sehr viel draus ziehen, um tatsächlich was zu erreichen hier in diesem Land. Also pünktlich dann, wenn die AfD einen Höhenflug hat und dann Welle umfragen, genau dann gibt es einen Höcke-Skandal. Ja, das kennt man schon so ein paar Mal aus der jüngeren Vergangenheit. Jetzt heißt es dann in der Presse, also die Bild bekam anscheinend irgendwas zugestärkt. Dann, glaube ich, aus Thüringen, die öffentlich-rechtlichen Medien haben dann nochmal irgendwie mehr. Sie haben sicherlich mitbekommen, es gab vor einem halben Jahr ungefähr, ein bisschen länger, gab es eine Hausdurchsuchung bei den Höckers. Es richtete sich gegen einen Sohn von Höcke und der ist 15 Jahre alt. In der Presse hieß es zunächst irgendwie mutmaßlich irgendwas mit Drogen, kann eine völlige Belanglosigkeit sein. Keine Ahnung, wie sich das jetzt natürlich dann weiterentwickeln wird in der Ermittlung. Ja, und jetzt ist dann irgendwie noch die Rede von irgendwelchen Social-Media-Postings und einer, also so hieß es in der Presse, irgendwie eine Waffe, für die man einen kleinen Waffenschein benötigt. Also jetzt auch keine wirklich große Sache. So, jetzt kann natürlich dann ein Haufen dahinter stecken und wir versuchen halt natürlich dann hinter diese Kulissen zu blicken, also was eben das größere Spiel ist, das hier gespielt wird. Meistens siehst du halt nur die ganz normalen Standardreaktionen in den Medien, also die Pro-AfD-Fraktion sieht sich halt einfach so in der Opferrolle, Höcke, also der Vater sieht sich da in der Opferrolle und so, das ist halt einfach nur die Verfolgerung von diesem System, jade, jade, jade. Auch generell in dem neuen Verfassungsschutzbericht, dem Jahresbericht, wo es dann eben dann heißt, die AfD sei dies und jes. Ja, das wird dann wieder interpretiert als so eine Art Stempel, den die AfD bekommt, so ein Stigma und dieses Stigma gilt es zu ignorieren, was kümmert uns dieser Stempel? Wir machen weiter wie bisher, aber es geht um viel, viel mehr, es geht um die Infiltration der Partei und jetzt nicht nur durch nationale Geheimdienste, sondern durch internationale Geheimdienste und das ist also eine Dimension, die eigentlich gut erforscht ist, wie zum Beispiel von dem Herrn Foschepot, da haben wir auch was verlinkt hier auf recenter.com, hat ein sehr gutes Buch geschrieben. Ich selbst habe mir das auch sehr genau angesehen, das dann auch festgehalten in meinem Buch, das ist Band 8 meiner Buchreihe über die Supermächte, speziell Einfluss der Supermächte auf die Bundesrepublik und da sieht man halt eben dann, wie stark hier alles mögliche aufgebaut worden ist von dem britischen Geheimdienst und dem amerikanischen Geheimdienst, also das heißt nicht nur die erste politische Liga, sondern die zweite, die dritte bis halt in die, bis halt so in den ländlichen Raum rein, alles was politisch irgendwie wichtig war, wurde hier erfasst von den Anglo-Geheimdiensten. Ja und das heißt, wenn wir die richtigen Verbindungen entziehen, wenn wir eben das ganze Bild hier aufdröseln, dann können wir dadurch wesentlich mehr begreifen und eben schauen, was hier los ist und was tatsächlich hier geschehen muss in Deutschland, um irgendeinen Erfolg zu haben. Also einfach nur hier auf Ideologie zu schauen, ja irgendwie, das heißt die einen haben die gleichen, die gleiche ideologische Grundlage wie halt manche Leute in der AfD. Das heißt, das ist so ein geschichtliches Bild über die letzten 300 Jahre und das ist so stark vereinheitlicht, also gerade so diese typische Verschwörungssicht auf die letzten 300 Jahre, das heißt wir reden hier von keiner richtigen nachrichtendienstlichen Analyse der letzten 300 Jahre, sondern wir reden halt eben dann über eine schlechte Pseudo-Nachrichtendienstliche Analyse der letzten 300 Jahre. Ja, das ist so stark vereinheitlicht, dass halt man einfach sehr schnell riechen kann, wenn jemand auf dem Trip ist. Also wenn jemand bestimmte Andeutungen macht, dann weiß man schon, ja, ja, der hat das gelesen und so und wenn man danach bohrt, dann findet man meistens immer mehr. Ja, das heißt, du kannst jetzt halt eben dann weiter rumheulen und so und sagen, ja, die arme AfD, die arme AfD und so und das sei alles so gemein, aber so kommen wir nicht weiter, das bringt uns nämlich nichts, weil das Spielchen haben wir auch schon gesehen bei der NPD, da wurde ja auch mal viel rumgeheult, der Verfassungsschutz würde benutzt werden halt von den gewöhnlichen Parteien, die Werkzeug gebraucht werden gegen die arme NPD hieß es, ja, und dann stellte sich raus, okay, es gab mal absolute Hardcore-Extremisten in der NPD, aber ein Haufen von denen sind halt sehr schnell umgekippt, arbeiteten für das System, für den Verfassungsschutz als Informanten. Das heißt, gleiche Problematik haben wir jetzt potenziell auch in der AfD, natürlich auch mit der internationalen Dimension, die meistens da halt rausgehalten wird, das heißt, niemand darf da über die britischen Dienste, amerikanischen Dienste reden. Ja, und dann hatten wir eben noch den Gründer der NPD, Adolf von Tatten aus dem adeligen Spektrum. Adolf von Tatten wurde dann später enttarnt als britischer Agent. So, also einfach nur jammern, jammer, 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 heul, heul, das ist alles so ungerecht und das ist nur ein Stempel, den wir kriegen, wir ignorieren den Stempel, also so verlierst du schon mal richtig auf voller ganzer Linie, auch wenn du generell so diese typische Verschwörungsideologie übernimmst. Leute, das stammt vom britischen Geheimdienst, das wurde in den 1800er Jahren zuerst strategisch reingebracht in die französischen Frühsozialisten, weil man damit halt hier ein bisschen Chaos schüren wollte in Frankreich, ja, Frankreich der alte Feind von den Briten und dann brachte man, und dann hatte man das gestoppt bei den Frühsozialisten, das wurde so nicht mehr gebraucht, man hat dann so dieses Verschwörungsdenken bei den Linken halt dann angepasst und man hat dann gesagt, dass das Feindbild, ja, bei den Frühsozialisten, bei den französischen, auch sehr einflussreichen französischen Frühsozialisten, war das Feindbild der Jude und dann haben wir gesagt, nee, nee, vergisst Juden, sondern das Feindbild ist so der, ja, weiße, also meistens so das Klischeebild, der weiße, mitteleuropäische, das Kapitalistenschwein. Ja, dicker Bauch, Hut auf den Kopf, Zigarre, das war so das Klischee-Abziehbild. Und dann haben die Linken das, dieses Klischee-Feindbild da eben noch erweitert auf den faschistischen Apokalyptiker, ja, das heißt, und nach Hitler war dann eben, also da konnte man jeden halt eben dann als quasi den nächsten Hitler präsentieren, ja, und quasi dieses Feindbild des apokalyptischen Faschisten halt eben darauf dann projizieren, ja, das hat sich also gewandelt, ja, das heißt, von dem einen zum nächsten zum nächsten. Der britische Geheimdienst brachte dann, sagen wir, diese klassische Verschwörungsideologie in die völkische Szene rein, in den 1800er Jahren, in Deutschland und Österreich, also auch wieder aus strategischen Gründen, man wollte also hier in Deutschland einiges schwächen, man wollte bei den Österreichern, also vor allem die Habsburger Gegner, wollte man einiges in Chaos schönen und Verwirrung stiften. Das heißt, das, was dann die Völkischen da eben dann geglaubt hatten, was durch den britischen Geheimdienst kam, also dass jüdische Kleinstfamilien, die, also jüdische Kleinstfamilien hätten die Kontrolle übernommen, das britische Empire und so mit der Börse und Schlacht von Waterloo und der ganze Käse von wegen, ja, dass halt, das halt so der alteingesessene Adel, ja, dass der total blöd war und sich dann hier weg, also sich mehr oder minder hier, dass der Adel hier dann aus der, hier, dass der Adel aus der Machtposition verschwand, weil dann so ein paar kleine winzige Judenbanker-Familien, weil die dann irgendwie ein bisschen Kurierdiensten und ein bisschen Krediten da irgendwie halt die ganze Macht übernommen hätten in Britannien, später noch in den USA. Wer dieses Mädchen glaubt, der hat bereits den britischen Geheimdienst in seinem Kopf. Ja, und der britische Geheimdienst geht viel weiter zurück, als es den meisten bewusst ist. Das lief lange Zeit über adelige Netzwerke, also insbesondere Welfen, Bettina, Reginare. Ich glaube nicht, dass Höcke da auch irgendeine Ahnung davon hat oder dass viele andere überhaupt noch eine Ahnung davon haben oder Höckes Gegner eine Ahnung davon haben. Diese Netzwerke infiltrierten ja so ziemlich alles, auch die linke Szene. Ja, also das heißt, hätte der Geheimdienst sich anders entschieden, wäre vielleicht, wären vielleicht diese Judenmärchen aus dem Frühsozialismus, vielleicht wären die dann dauerhaft in der linken Szene geblieben und wären nie so richtig reingekommen in die rechte Szene. Ja, das hätte auch so rumlaufen können. Ja, das muss man eben verstehen. Das ist ein Problem. Wir haben diese uralten Netzwerke hier, uralte Geheimdienstnetzwerke und die schufen halt nicht nur letztendlich das, was wir als Aufklärung betrachten, sondern schuf auch eben dann die Ideologie des Sozialismus oder infiltrierte die Ideologie des Sozialismus, infiltrierte das völkische Spektrum, versuchte halt diese ganze politische Landschaft halt eben dazu zu schaffen, zu generieren. Ja, das heißt, der französische Adel, das französische Königshaus war irgendwann nicht mehr im Zuge der Revolution. Das war halt ziemlich heftige Nummer und viel Chaos und so. Ja, da sieht man eben den Schnitt, der da passiert ist. Ich meine, Frankreich blieb ein Empire. Also das heißt, die Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Demokratie und blablabla. Nee, Frankreich blieb ein Hardcore Empire. Da ist niemand wirklich darüber hinausgekommen über diesen Imperialismus. Also diese ganze aufklärerische Romantik, Leute. Ja, bleiben wir mal realistisch. Aber man sieht in Frankreich zumindest diesen Schnitt, ja, von der alten monarchischen Ordnung halt hier dann zu den nächsten verschiedenen Phasen des französischen Empires. Wir wissen auch, wann der Schnitt passiert ist, wo die Habsburger letztendlich die Macht verloren hatten, ja, und so weiter. Aber die einzigen, die da hervorstechen, sind letztendlich, ist letztendlich das britische, das britische Kolonialreich. Und deren Elite, das ist halt so ein riesiger Familiencluster aus Welfen, Bettina, Reginaren. Ja, das heißt, die waren ihren Konkurrenten überlegen und inszenierten dann ihren eigenen Abstieg von der Macht. Das heißt, es hieß halt, ja, dann irgendwie die Künstler und die Dichter und Denker und dann so ein paar Politiker und so Unternehmer und Banker und so und diese verschiedenen Leute hätten dann den Adel einfach so entmachtet in Britannien. Wait a minute. Also in Frankreich hatten wir einen harten Schnitt und halt richtig Chaos und halt richtig neue Leute, die dann halt irgendwie um die Kontrolle kämpften und, ja, und da sieht man halt wirklich einen ziemlich deutlichen Schnitt, ja. Das siehst du in Frankreich, das siehst du bei den Habsburgern, also nach einer gewissen, also, ja, in einer gewissen Phase war es mit denen halt rum an der Macht, ja. Aber Britannien? Really? Ja, Welfen, Bettina, Reginare. Die mussten halt so, Welfen, Bettina, Reginare mussten so tun, als würden sie die Macht verlieren, indem sie halt mit gewöhnlichen nachrichtendienstlichen Mitteln Tarnfirmen erstellten, politische Tarnorganisationen erstellten. Man kontrollierte die Firmen, man kontrollierte die Banken, man kontrollierte die Politiker. Also man nennt es auch Kryptokratie, also halt ein Staatssystem, das letztendlich von einem Geheimdienst kontrolliert wird, aber das soll keiner sehen. So ein Begriff, Kryptokratie. Und, ja, und wie ich ja gesagt habe, diese Welfen, Bettina, Reginare inszenierten dann so die Aufklärung in Britannien, inszenierten dann auch die Aufklärung letztendlich in den USA und besetzen das gesamte politische Spektrum. Nicht nur so Demokratie im Sinne der Aufklärung, sondern man hatte eben Agenten überall in der linken Bewegung drin, in der völkischen rechten Bewegung mit drin. Diese ganze typische Verschwörungsideologie, die hat man auch dann mehr oder minder kontrolliert. Also wer diese klassischen, also wer diese ganz, wer diese klassischen Verschwörungsmythen glaubt, bei dem ist der britische Geheimdienst schon im Kopf drin. Ja, wir reden noch gar nicht mal von physischen Agenten oder von den ganzen Überwachungskrempel, digitale Abhörgeschichten. Nein. Der Geheimdienst ist in deinem Kopf drin. Das gilt auch für überzeugte Marxisten. Ja, lesen Sie mal meine Nachrichtendienstliche Analyse zu Karl Marx und halt generell so der sozialistischen Bewegung. Ja, das gilt auch für Sozialisten. Wenn sie dieses übliche Gedöns glauben, wie gesagt, der Anglo-Geheimdienst ist schon längst in ihrem Kopf drinnen. Ja, oder wer jetzt halt so ein naiver Mainstream-Bürger ist und halt irgendwie so meint, ja, Hauptsache Demokratie im Sinne der Aufklärung und so. Ich meine, ja, schöne Werte, alles schön und gut, aber wer das nicht nachrichtendienstlich untersucht hat, wie die Aufklärung abgelaufen ist, ja, bei dem ist der Geheimdienst auch schon längst im Kopf drin. Ja, holen Sie sich meine Masterclass, denke wie ein Geheimdienstler und fangen Sie an mal richtig hier zum Player zu werden, hier zum Akteur zu werden, anstatt immer nur alles abzukopieren, was Ihnen da vorgesetzt wird. Ja. Also und wir hatten, wie gesagt, bevor ich jetzt zu diesem Höcke, also nochmal hier auf diesen Höcke-Fall eingehe, gehen wir mal zeitlich nochmal ein Stück zurück. Also, hier, Björn Höcke, ja, das heißt, hier zu Björn Höcke, Eltern waren Vertriebene aus Ostpreußen, ja, das heißt, wir haben auch schon mal einiges dazu gemacht hier zu halt Ostpreußen und die Vertreibung und, wie hieß er, Erich Koch, ja, der dann Hitler immer begeistern wollte und hat dann die gesamte Fluchtbewegung eigentlich sabotiert und das hat dann eben viel, viel mehr Unglück gebracht und so. Und Erich Koch, der für die Ostgebiete verantwortlich war, ich kann das hier nochmal genauer aufrufen, dann gibt es ein sehr gutes Buch zu dem, das ich hier auch mal besprochen habe. Ich weiß, das ist bei uns halt einfach so, wir lesen ständig die besten Sachen, die wir finden können. Hier, Erich Koch, ehemaliger Gauleiter von Ostpreußen, also haben wir das alles mal hier mal durchgegangen, erklärt. Das heißt, er hatte dann ein Riesenterritorium zu verwalten, dieser Erich Koch, und er hatte eben auch sehr komische Verbindungen zum Adel. Darüber wurde er wahrscheinlich nachrichtendienstlich auch abgeschöpft, vielleicht sogar teilweise kontrolliert, denn die Nazis hatten keine Ahnung, mit wem sie es da zu tun haben. Also die Nazis vertrauten dem Adel, der hier in Deutschland halt eben oftmals so den großen Staat hatte, ja, also gerade Welfen, Bettina, Reginare, aber die betrachteten sich halt als ihr eigenes Ding, ja, und die Nazis waren zu blöd dafür, weil die Nazis verstanden nichts von Geheimdiensten. Ähm, ja. Und dann, ja, dann gab es eine interessante Anekdote, dass irgendwie in diesem riesigen Anwesen, was Erich Koch sich da dann geholt hat oder sich hat bauen lassen, gab es dann irgendwie so einen Geheimgang zu so einer Art, wie so eine Art gepolsterte Pornolobby oder irgend sowas, das sah halt relativ gruselig aus. Das wurde in der Bauphase bemerkt von spielenden Kindern. Lauter so Sachen. Ähm, also überall, wo man hinguckt, bei Björn Höcke, ja, wo er gelebt hat, wo die Eltern herkamen, wo das, was den Eltern hier zugestoßen waren, so. Überall finden wir, wenn wir hingucken, überall finden wir adelige Strukturen, vor allem adelige Geheimdienststrukturen und anscheinend, äh, einiges, was sich in Björn Höckes Kopf befindet, einige der Überzeugungen. Äh, diese Überzeugungen gehen auch zurück auf alte, adelige Geheimdienstnetzwerke. Also, ähm, ja, vertrieben aus Ostpreußen, wie gesagt, da, äh, also liefen ja die krassesten, krassesten Geheimoperationen anscheinend. Also auch, auch die Verbindungen von, von Martin Bormann. Ähm, wir wissen genau, mit welchen, mit welchen Adelslinien Martin Bormann halt eben sehr, sehr eng war. Ja, und Martin Bormann wurde dann enttarnt, ähm, Martin Bormann wurde dann als, als Spion, als ausländischer Spion, als Verräter enttarnt von dem zweifachen Pulitzer-Preisträger, äh, Luke Kilser. Äh, Luke Kilser machte zwei Bücher, also er bekam die, äh, preis jetzt nicht für diese Bücher, sondern für journalistische Arbeit vorher, aber nichtsdestotrotz. Äh, es war ein Buch, Churchill's Deception, der wichtigsten Bücher, nicht, die, die man lesen kann wohl. Und das andere war über Martin Bormann. Ich meine, es ist schade, dass, ähm, dass, äh, dass, äh, Louis Kilser die, ähm, die Adelsstrukturen da nicht noch weiter untersucht hat, dass er nicht noch mehr ausländische Spionage eben untersucht hat, äh, also ausländische Spione hier untersucht hat im Dritten Reich. Ähm, Kilser war auf jeden Fall ein großer Einfluss auf mich, also ich bin so dankbar, dass er das damals gemacht hat, diese Sachen. So, hier drüben sehe ich ein Exemplar von Der geführte ausländische Geheimdienst im Dritten Reich, das ist mein Buch, da geht es halt wesentlich breiter und tiefer und es hatte ich, äh, so eine Inspiration oder halt so eine der, eines der, äh, so ein Stück Quelliteratur war dann sicherlich Luke Hill sein. Ähm, also das heißt, äh, Martin Bormanns Adelsconnections waren da auch halt so Norden bis Nordosten, ja. Also dann heißt es zu Björn Höcke, sein Vater war Sonderschullehrer an der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied. Okay. Ähm, also und, äh, also das Protektorat über das Institut hatte Kaiserin Auguste Viktoria. Die Gemahlin Kaiser Wilhelms II. war deutsche Kaiserin, Königin von Preußen, ihr korrekter Name ist Auguste Viktoria, Friederike Luise Fedora, Jenny von Schleswig-Holstein, Sonderburg, Augustenburg, also eine der ganz wichtigen Linien. Ähm, dann, ähm, äh, dann, äh, äh, als nächstes war, also nach der Kaiserin war Königin Elisabeth von Rumänien mit dieser Schule verbunden. Aus welchen Gründen auch immer. Ähm, also sie ist eigentlich Prinzessin Elisabeth Pauline Ottilie Luise zu Wied. Kind des Fürsten Hermann zu Wied. Ähm, also das hat viel zu tun mit dem Haus Nassau und Niederlande. Ähm, und, äh, ja genau, das heißt, äh, starke Querverbindung zum Haus Nassau. Und, äh, äh, genau, und dann, ja, und das war eben dann diese Einrichtung, wo Höckes Vater, Höckes Vater gearbeitet hat. Ich meine, im deutschen Raum ist alles mögliche aufgebaut worden durch den Adel. Dementsprechend kann man sich vorstellen, wie groß im Laufe der Zeit die Geheimdienstnetzwerke geworden sind. Ähm, also oftmals berühren sich Leute damit, ohne das überhaupt zu bemerken. Ähm, ohne dass sie damit jetzt überhaupt so näher in Berührung kommen. Aber es ist halt einfach tatsächlich überall. Und Höckes Vater, ähm, Höckes Vater, ähm, hatte eben auch schon so eine krasse Ideologie, wo er gar nicht wusste, auf wen das zurückgeht. Nämlich auf alte Geheimdienstnetzwerke. Äh, äh, genau, dann heißt es hier, ähm, äh, dann heißt es hier, hier, Björn Höcke studierte von 1993 bis 1998, studierte an der Justus-Liebig-Universität Gießen und an der Philips-Universität Marburg. Sportwissenschaften, Geschichtswissenschaft, Lehramt, Gymnasium. Also ausgerechnet, ausgerechnet hier diese zwei Unis. Also es gibt Leute natürlich, die genau diese zwei Unis besucht hatten. Die wurden dann halt große Tiere in der CDU oder halt in der Wissenschaft oder irgend sowas. Die Justus-Liebig-Universität Gießen geht zurück auf den Landgraf von Hessen-Darmstadt. Unglaublich wichtige Linie, also gerade für das britische Reich, auch für das russische Zahnreich. Und die Philips-Universität Marburg geht zurück auf Landgraf Philipp von Hessen. Ja, also halt eben auch diese, auch eine ganz, ganz, äh, hier auch diese ganz wichtige, wichtige Linie. Und, ähm, Hessen, ja, das heißt, ähm, also das Haus Hessen und vor allem dann Hessen-Kassel, also gerade der Landgraf von Hessen-Kassel war dann derjenige, der, ähm, der den ersten Rothschild-Banker rekrutierte und benutzte und, ähm, das Ganze funktionierte halt so wie beabsichtigt. Also es war natürlich ein klassischer Rekrutierungsprozess, wie es halt im Geheimdienst machen würde. Und, ähm, weil eben der erste Rothschild-Banker, weil er halt eben dann, äh, alles exakt so machte, wie er es sollte, wurde er dann weitervermittelt an den britischen, also an das britische Königshaus, weil der Landgraf von Hessen-Kassel war ja eng verwandt mit dem britischen Königshaus. Das ist ein Riesen-Cluster aus Familien. Ähm, und dann, ja, und dann übernahm halt eben dann die, die übernahm dann halt eben diese Rothschild-Bank eben verschiedene Aufgaben für das britische Kolonialreich, für das Empire. Ja, das heißt, man hat verschiedenste Leute rekrutiert, auch die, die Baring-Familie hier aus, aus, äh, Hannover, wurde dann bekannt als Barings-Bank und so. Also das heißt, diese Banken waren aus meiner Sicht, ja, das heißt, äh, das heißt, äh, das heißt, diese Banken waren aus, aus meiner Sicht, äh, völlig unter Kontrolle vom Empire, völlig unter Kontrolle vom Adel. So funktioniert die Welt nun mal und so funktionierte sie auch damals. Das heißt, ähm, du hast diese unglaublich etablierten Netzwerke, Profis im Geheimdienstwesen, eigentlich die besten im Geheimdienstwesen und die schaffen sich dann halt Tarnorganisationen. Und, äh, das, das war auch schon in den Jahrhunderten vorher gemacht worden, dass halt einfach Adelige sich halt, äh, das Adelige halt Leute rekrutierten und kontrollierten. Ähm, ein Teil von den rekrutierten Leuten waren jüdisch, äh, das lag unter anderem daran, weil man halt deren Sprachkenntnisse brauchte für bestimmten Auslandshandel. Äh, und, ähm, man, äh, nutzte das halt wirklich brutal aus, dass halt Juden in Europa meistens, ähm, rechtlich einen ganz, ganz schwachen, äh, Status hatten. Das heißt, diese Leute waren unglaublich kontrollierbar. Das heißt, wenn die in die falsche Richtung gehustet hätten, wäre nicht nur halt der, der betreffende, äh, Mensch da halt, äh, hier quasi, also wäre der die Zielscheibe gewesen, hätte man mit dem alles machen können, sondern, ähm, die, die, also immer die Drohung, ähm, ja, wie praktisch in der Mafia oder wie bei einem modernen Geheimdienst aus irgendeiner, aus irgendeiner Diktatur, ja, wie so ein KGB oder so, die Drohung richtet sich nicht nur gegen die einzelne Person, die halt nicht das macht, was sie soll, sondern die Drohung richtet sich gegen dessen Familie und die ganze Community, ja. Also, das heißt, ähm, ja, als, als Björn Höcke an diese Universitäten ging, Justus Liebig Uni, ähm, und Philipps Universität Marburg, also, also wahrscheinlich, wahrscheinlich hatte Björn, äh, Björn Höcke keine Ahnung von diesen ganzen adligen Geheimdienstnetzwerken. Er dachte sich einfach, das ist alles schön deutsch, das ist schöne Tradition und Adel ist ja irgendwie gut, ne, ähm, und fühlte sich da wahrscheinlich in besten Händen. Ja, das ist ein typisches Beispiel davon, dass Leute halt keine Ahnung haben, wie diese Geheimdienste tatsächlich ausgesehen hatten, äh, wie groß die waren und man, man kann da durchgehen natürlich durch diese Unis und berührt sich nie wissentlich mit diesen Strukturen, hat nie eine Ahnung von diesen Strukturen, ja. Äh, wenn jetzt jemand zum Beispiel, was wir auch schon häufiger gesehen haben, wenn jetzt jemand diese Justus Liebig Uni durchgeht und, und die Marburg Universität durchmacht und ist nachweislich in bestimmten Botschaften oder halt in bestimmten Studentenverbindungen und hat dann nachher eben gleich einen Stein im Brett, ähm, bei der CDU, CSU, ja, also gerade Hessen, ja, die Hessen-CDU ist ja ganz wichtig. Da war auch immer die magische Geldmaschine, Geldwaschmaschine mit Hilfe von dem Haus Sein-Wittgenstein für die CDU. Ja, ähm, ja und wir haben ja jetzt die neuen Akten halt über, wie die CDU, CSU, wie halt auch andere Parteien, wie es alles aufgebaut wurde nach 1945 vom britischen und amerikanischen Geheimdienst, aber es gab nicht nur diese modernen Geheimdienste von den Anglos, sondern es gab eben noch die viel älteren Geheimdienste hier auf deutschem Bund. Ähm, so, das heißt, wenn jemand solche Unis durchmacht und hat dann eben bestimmte Connections mit der CDU und so weiter und wird halt eben weitervermittelt, dann ergibt sich halt eben ein Gesamtbild. Äh, so ein Bild ergibt sich jetzt bei Björn Höcke noch nicht in Bezug auf diese Universitäten, aber da würde es sich definitiv lohnen, genauer nachzuschauen. Also, wie war sein Studium, ähm, mit wem hat er da zu tun, war er in irgendwelchen Studentengesellschaften und so, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich meine, ähm, wenn mal, wenn irgendjemand, also stellen wir uns mal vor, ja, Björn Höcke, ähm, stellen wir uns vor, äh, Björn Höcke ist später mal jemand, ja, mit der AfD, hat eine gewisse Bedeutung, ist auch eine gewisse, äh, ja, ähm, gewisse Bedrohung halt für, äh, den gewöhnlichen Politikbetrieb, ähm, nicht wirklich eine Bedrohung, aber wissen, was ich meine jetzt, also oberflächlich betrachtet, ein Ärgernis oder halt einfach so ein Ding, was man gerne handhaben möchte. Äh, also sobald, sobald Björn Höcke, sobald Björn Höcke halt so bei der AfD eine größere Nummer war, ähm, dann hätte der deutsche Geheimdienst sich überlegen können, hm, wie könnten wir verdeckt an den Rand treten? Der britische Geheimdienst, ja, äh, der, der britische Geheimdienst hätte sich genauso überlegen können, hm, wie könnten wir an den Björn Höcke rantreten? Getarnt natürlich, wir würden jetzt nicht sagen, hey, Mr. Höcke, wir sind, wir sind hier vom MI6 und, äh, wir hätten sie gerne hier unter Kontrolle und so, sondern, ähm, man würde ihn halt versuchen, verdeckt zu, verdeckt zu kontaktieren. Ja, und wie macht das ein Geheimdienst? Und ich erkläre Ihnen das hier in meiner Masterclass, denke wir an Geheimdienste. Man, ähm, man hat eben Psychologen und Experten hier beim Geheimdienst, die dann eben so eine maßgeschneiderte, äh, Kontaktstrategie eben dann ausarbeiten. Also man würde halt eben dann schauen, was mag Björn Höcke? Wo, bei welcher Übereinstimmung mit Björn Höckes, äh, Vorlieben und so, ja, das heißt, mit welcher Übereinstimmung würde da bei Björn Höcke am wahrscheinlichsten Sympathie entstehen und Vertrauen entstehen? So, und dann guckt man sich an, wer waren die Eltern? Okay, der Vater war rechts, Vertriebene, mhm, ja, und dann studierte halt Björn an diesen zwei adeligen traditionellen Unis, hatte vielleicht auch ein bisschen Berührungen mit irgendwelchen Studentenverbindungen. Also könnte man eben dann so die Herangehensweise und diesen Approach hier für Höcke maßschneidern und halt eben dann, ähm, Agenten auswählen, vielleicht halt eben aus adeligen Kreisen und so, äh, und die würden dann eben den Kontakt versuchen herzustellen mit Björn Höcke. Ja, so, so würde das ein Geheimdienst machen. Und jetzt fragen sie sich mal, ob Björn Höcke auch sowas reinfallen würde, rein theoretisch, rein hypothetisch. Ich meine, es gab ja die Recherchen aus den letzten paar Jahren über den Baron von Fink, äh, der da Geld reingepumpt haben soll in die AfD, ja, den Baron von Fink. Ähm, der Großvater des Barons bekam seinen Adelstitel von letztendlich Welfen, Bettina und Reginalen, bekam den Adelstitel und bekam die Bankerkarriere aus diesen Kreisen. Und, äh, ja, und deswegen habe ich halt eben dann letztendlich mal die größere These aufgestellt, schuf der, äh, schuf der britische Geheimdienst die AfD. Ja, ich meine, es ist keine weit hergeholte Frage. Ja, schauen wir uns die NPDen an. Wir wissen ja, der Gründer der NPD, Adolf von Tatten, auch ein Adeliger. Adolf von Tatten wurde enttarnt als britischer Agent. Ja, traf sich dann irgendwie, glaube ich, in, 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 in Norddeutschland hier mit, in verschiedenen, ähm, Hotels oder Restaurants, traf er sich dann immer mit seinen britischen, äh, Agenten, Kontaktleuten, Führungsoffizieren. Adolf von Tatten. Also auf den hat man wahrscheinlich auch den Approach Maß geschneidert. Also wenn der eh schon Adelig ist und bestimmte Connections hat, dann kann man eben da ihn, ihn auf eine gewisse Weise ansprechen. Also Details sind immer noch geheim. Die britischen Akten sind verschlossen. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie die Briten hier Adolf von Tatten hier, äh, rekrutiert hatten als NPD-Gründer. Aber man kann sich das vorstellen. Man kann sich das vorstellen. So funktioniert das. Also, ähm, ja, das heißt, Baron von Fink ist eine Person von Interesse. Finanzierte die AfD. Äh, ähnliche Leute wie der Baron von Fink hätte man theoretisch benutzen können. Also so ähnliche Leute wie den Baron hätte man benutzen können hier. Also hätte der theoretisch der britische Geheimdienst benutzen können, um halt eben Kontakte herzustellen in der AfD. Ja, um dieses Vertrauen zu generieren. Dann, äh, ja, dann halt, ja, Karriere, also als Lehrer, Studienrat hier, Björn Höcke, bla bla bla, Sport und Geschichte, Schulmanagement, Oberstudienrat, who gives a hoot, ähm, verheiratet, vier Kinder, lebt in Bornhagen im Landkreis Eichsfeld. Okay. Okay. Bornhagen. Hier, thüringischen Landkreis Eichsfeld. Also das ist so richtig smack dab in der Mitte von, fast von Deutschland. Also ziemlich, also ziemlich zentral von Deutschland. Am Fuße der Burgruine Harnstein. Ja. Ähm. Also Burgharnstein. Hier eine, eine, äh, bekannte Ruine heißt es hier. Ähm. Hier, die ist wirklich uralt. Äh, da, 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 da. Achso, da gibt es hier. Ah, okay, das war interessanter geschichtlicher, geschichtlicher Hintergrund. So, ähm, also das heißt, in Bornhagen gibt's halt eben dann diese, diese Ruine. Die Bevölkerung liegt gerade mal bei 252. Also da wohnt fast niemand. Ähm. Hier, Anfang des 16. Jahrhunderts zogen die Familienzweige der Herren von Harnstein in sieben neu errichtete Rittersitze in Bornhagen. Okay. Also. Ähm. Hier, also das heißt, äh, hier ein paar, später gelangten die Herren von Harnstein auch in Hessen, Thüringen und Pommern zu Besitz und Ansehen. Also geht zurück, äh, anscheinend mindestens bis ins Jahr 1122. Also da wurden die zum ersten Mal erwähnt. Das hat natürlich schon ein gewisses Gewicht hier beim Hochadel oder beim alten Adel. Ähm. Hier dann die Ausbreitung. Heißt es hier, im Königreich, Königreich Hannover gehörten sie wegen des Besitzes eines Gutes in Friedland zum landsässigen Adel der göttingischen Landschaft. Tja, äh, Königreich Hannover, Welfenterritorium. Äh, aus Hannover kamen dann eben die britischen Könige, ähm, ab 1714. Ja, das heißt, äh, King George I, dann King George II und King George III. Das, äh, und dann die nächsten paar Georges noch. Also das waren so die Hannoveraner Könige auf dem britischen Thron. Äh, hier heißt es noch im Detail, bla, bla, bla. Hier, ähm, also die, diese, äh, diese, diese, diese Hahnsteine, diese Hahnsteine Adeligen, um die geht's hier, also da, wo letztendlich dann dann Höcke wohnt. Ähm, das heißt ja, also die zogen irgendwie ein bisschen umher in der Umgebung. Später konnte auch Grundbesitz in den Herzogtümern Sachsen-Weimar, also da geht's natürlich um die, die wichtigsten Adeligen. Äh, hier Vettiner, ernestinische Vettiner, also das sind die ganz, ganz gefährlichen Typen. Ähm, also konnte auch Grundbesitz in den Herzogtümern Sachsen-Weimar und Sachsen-Meiningen und dem Fürstentum Anhalt erworben werden. Dann heißt es im Königreich Hannover gehörten sie wegen des Besitzes eines Gutes in Friedland zum landsässigen Adel der göttingischen Landschaft. Ja, also da, da letztendlich wohnt, äh, wohnt, äh, oh Gott, oh Gott, das geht immer weiter. Also da, da, Bornhagen, ja, da wohnt Höcke. Also umgeben von diesen adeligen Ruinen, ja, wo halt dann die Connection da ist zu halt den Welfen-Bettinern-Reginaren, die dann das britische Empire kontrollierten und die Verschwörungsideologie kontrollierten und die völkische Szene hier kontrollierten und, ähm, ja. Und Höcke schnallte wahrscheinlich gar nichts von den ganzen Zusammenhängen, also von den, von den geheimdienstlichen Zusammenhängen. Ähm, genau, und dann heißt es hier, äh, äh, ja, die von Alexander Freiherr von Harnstein aus Coburg begründete, seit 1826 gräfliche Linie erloscht 1903, also Coburg sowie Sachsen-Coburg und Gotha. Alexander war der Stallmeister von Herzog Ernst von Sachsen-Coburg-Saalfeld, also eine Art Vorläuferversion von Sachsen-Coburg und Gotha, siehe britisches Königshaus. Und hatte eine Affäre mit Luise von Sachsen-Gotha-Altenburg. Also noch die Familien mit dem Illuminatenorden, wie sie dann versucht hatten, ähm, äh, mit dem Illuminatenorden eben nach Bayern vorzudrängen. Also die Illuminaten waren letztendlich nur eine geheimdienstliche Tarnorganisation. Man hat sich dann in Bayern hier breitgemacht, ähm, man hat dann gepatzt, die Mitgliederlisten wurden öffentlich und so und, ähm, um halt eben dann die Spuren zu verwischen, schuf man die moderne Verschwörungsliteratur, so wie Baruels, äh, Buchreihe, John Robesons Proofs of a Conspiracy, äh, von Stark, von Starks Bücher und so. Also deswegen schuf man überhaupt erstmal die moderne Verschwörungsliteratur als Ablenkungsmanöver, dass niemand draufkommt, welche nachrichtendienstlichen Netzwerke da wirklich existieren. Ähm, und der zweite Zweck der Verschwörungsliteratur damals war, mehr Chaos in Frankreich anzurichten nach der Französischen Revolution. Ja, das heißt, es ging in der frühen Bestseller Verschwörungsliteratur nicht um irgendwelche Juden, das kam dann erst später ein bisschen ein paar Jahrzehnte in Frankreich bei den Frühsozialisten, sondern es ging halt darum, ähm, dass, ähm, man wollte in der Verschwörungsliteratur halt ausdrücken, äh, die französische Revolution, französische, die französische Revolution ginge zurück auf teufelsanbetende Anarchisten und so. Ja, und man bräuchte dringend wieder in französischen König und so weiter. Ähm, also nur um Chaos zu stiften. Ähm, b-b-b-b. Hier, nach dem Tod des Herzogs Friedrich IV. wurde Luise Alleinerbe in des Hauses Sachsen-Gute-Altenburg. ja und so weiter 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 hier Braunschweig Beamter Braunschweig ja und das heißt so arbeitet man sich dann halt ein bisschen schrittweise vorwärts also Björn Höcke wohnt in Bornhagen hier quasi in der Nähe von Burck-Hahnstein also wohnt bei der Burg Hahnstein und das Adelsgeschlecht Hahnstein ist uralt, geht unglaublich weit zurück und es gibt halt diese starke Verbindung hier von dem Adelsgeschlecht von Hahnstein und halt den richtig gefährlichen Adelsgeschlechtern Welfen Bettiner Reginare ja, falls wir später zugeschaltet haben Welfen Bettiner Reginare unglaublich wichtig hier beim britischen Kolonialreich im russischen Zarenhof und letztendlich auch dann in den USA, aber das darf ja keiner wissen ja und dann also da wohnt Höcke und er ging halt an diese beiden Universitäten also alteingesessene deutsche Universitäten die auf letztendlich Welfen Bettiner Reginare zurückgehen und so hat man so hat man vielleicht Höcke auch kontaktieren können also über diese Schiene als Höcke dann wichtig wurde mit der AfD also irgendwie über diese Adelsschiene hätte man ihn wahrscheinlich dann hier kontaktieren können also so würde ich das einschätzen würde das ein deutscher Geheimdienst machen also vor allem der britische Geheimdienst würde sowas versuchen und wäre Höcke schlau genug das alles zu durchschauen ich bezweifle es ja, das ist ein Gymnasiallehrer für Geschichte aber sorry bro just a hard no also dann heißt es hier noch nach Eigenangaben prägen Erzählungen seiner Großeltern über Ostpreußen Höcke stark sag mal aus wie oft Familie von meiner Frau kommt aus Ostpreußen wie sehen wir uns ja nur als Kontext nicht dass wieder irgendjemand meint du bist nicht deutsch du bist nicht du bist nicht du bist nicht deutsch genug und bla 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 und du heißt ja Benisch und das hatten wir auch alles schon tausendmal durchgekaut also egal die Mittelfranken Benischs waren ganz überzeugte Nationalsozialisten der Onkel meines der Onkel meines Vaters Theo haben wir letztens erst die alten Fotos noch rausgekramen also mehr Fotos wo ich gar nicht wusste dass wir so viele hatten Theo Benisch war dann halt eine höhere eine höhere Figur eine NSDAP saß dann irgendwie im Reichstag in Berlin und so und auf den Fotos hat er immer so ganz stolz ein Parteiabzeichen weil er war halt so ganz früh dabei bei der NSDAP und je früher du dabei warst und loyal warst umso mehr hast du gegolten in der Partei deswegen konnte er dann auch so hoch aufsteigen also bevor wieder irgendjemand meint du bist nicht deutsch und ey zeigen sie mir mal einen in dem Land hier der das alles besser aufgedröselt hat als ich zeigen sie mir mal einen hier in dem Land in irgendeinem Land zeigen sie mir mal einen der diese geheimdienstliche Geschichte so rekonstruiert hat wie ich und das was ich gemacht habe ist nicht nur im Sinne der Deutschen im Interesse der deutschen Bevölkerung sondern natürlich auch im Interesse anderer Bevölkerungen äh aus Bewunderung für die vom früheren Bundeskanzler Helmut Kohl angestrebte geistig-moralische Wende sei Höcke 1986 in die junge Union eingetreten Moment 1986 das war vor seinem Studium genau das heißt war ja probierte erst mal Jura in Bonn und ich meine wenn er an den und dann studierte er also er probierte Jura in Bonn dann studierte er an der Justus-Liebig-Uni Gießen und Philips-Universität in Marburg ja aber schon in den 80ern trat er in die junge Union ein ja und hätte er die richtigen Verbindungen in Anführungszeichen gehabt an der Justus-Liebig-Uni und an der Philips-Universität in Marburg hätte er da die richtigen Studentenverbindungen besucht dann hätte er vielleicht ein großes Tier werden können in der CDU wäre die Geschichte ein bisschen anders verlaufen sein national-konservativ und antikommunistisch eingestellter Vater habe Björn Höcke mit der Voraussage beim Mauerfall von 1989 beeindruckt nun werde der multikulturelle Westen die noch intakte Vertrauensgemeinschaft im Osten zerstören Höckes Vater hatte die antisemitische Zeitschrift die Bauernschaft des verurteilten Holocaust-Leugners Thies Christoffersen abonniert und sich nach dem Ausschluss von Martin Hohmann aus der CDU öffentlich mit ihm solidarisiert Aha Werf mir kurz einen Blick auf diese auf diese zwei gestalten und eine Sekunde dann rufe ich das hier auch nochmal rufe ich das hier gleich nämlich auch nochmal hier auf also Martin Hohmann war CDU lange Zeit ist jetzt seit 2016 AfD war Mitglied des Bundestages CDU CSU Fraktion seine als antisemitisch bewertete Rede zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2003 löste die Hohmann Affäre aus die zu seinem Parteiausschluss führte bla hier war bei der Bundeswehr Reserveoffizier Städte Rechtswissenschaft Bundeskriminal am Wiesbaden Kriminal Oberrat Abteilung Terrorismus hier dann CDU Karriere Deutsche Bundestag am 5. Mai 1999 reichte Hohmann zusammen mit anderen Bundestagsabgeordneten einen Antrag ein der die Errichtung eines Holocaust Denkmals ablehnen sollte am 25. Juni begründete Hohmann diesen Antrag in einer Rede das Holocaust Denkmal sei in seinen Augen ein Indiz dafür dass die Deutschen sich ihre Vergangenheit nicht verzeihen könnten Es hieß Es hieß Kein Land habe Verbrechen in seiner Geschichte aufgearbeitet und bereut Entschädigungen und Wiedergutmachung geleistet wie wir Es heißt nach christlichen Maßstäben Folge auf Sünde Reue und Wiedergutmachung das Verzeihen Fast drei Generationen Bußzeit bis heute Es sollte nicht sechs oder sieben werden Insofern wäre das Mahnmal auch monumentaler Ausdruck der Unfähigkeit uns selbst zu verzeihen Well Also das ist jetzt nicht so krass wie das Zeug das dann später kam aus Richtung der AfD Aber Genau das war erst einmal diese Sache Achso und dann kam diese andere Rede hier Hier die Hohmann Affäre Kurz hier nochmal aufrufen Also hier Hohmann Affäre Hohmann hielt 2003 eine Rede zum Tag der Deutschen Einheit Darin monierte er dass man als Deutscher in Deutschland keine Vorzugsbehandlung genieße und stellt die Frage ob es nicht sinnvoll sei die Zahlungen an die EU sowie die Entschädigungszahlungen an ehemalige Zwangsarbeiter während des NS-Regimes und an die jüdischen Opfer des Holocaust angesichts der schlechten Wirtschaftslage zu verringern Weiter veranstaltet er dass immer neue Generationen deutscher Wissenschaftler auch noch die winzigsten Verästelungen der NS-Zeit mit geradezu neurotischem Eifer durchforsten würden Äh Bla Diskutiert er den Begriff Täterfolge in Zusammenhang mit den Deutschen während der Zeit des Nationalsozialismus einerseits und den Juden während der Oktoberrevolution in der Zeit des Stalinismus andererseits Er berief sich dabei auf das Werk jüdischer Bolschewismus von Johannes Rogala von Biberstein ein Adeliger und zitierte unter anderem auch aus dem Buch der internationale Jude für das Henry Ford herausgegeben hatte Nach diesen Thesen so Roman könnte man mit einer gewissen Berechtigung nach der Täterschaft der Juden fragen Oh Gott und diese mit einiger Berechtigung als Täterfolge bezeichnen Oh Backe Oh Backe Oh Backe Ja wie ich gesagt habe das heißt der Mythos ist dann im Gehirn drin und letztendlich ist dann damit der britische Geheimdienst in einem Kopf drin und der weiß das dann gar nicht Ja das heißt Also ich habe die russische Revolution mal richtig auseinandergenommen und wow fanden sich da adelige Geheimdienste also insbesondere im Zusammenhang mit dem britischen Kolonialreich und das ich meine das war ja das Kolonialreich der Welt schlechthin und dann natürlich noch die ganz geheime Verbindung zwischen dem britischen Kolonialreich und den USA also wir haben hier die zwei also die letztendlich eine große Macht und deren Geheimdienst Netzwerke waren letztendlich da hier maßgeblich bei der russischen Revolution das heißt man wusste Russland könnte auseinanderbrechen weil die Zaren waren zwar Haus Hessen und Schleswig-Holstein Romanov Gotthoff also die Zaren waren quasi Family aber die Zaren hatten nicht die komplette Kontrolle über ganz Russland sondern es gab noch diese anderen gewöhnlichen Adeligen und die wollte man loswerden das hatte man aber nie geschafft man wollte dann das Reich da drüben reformieren hat überlegt kopieren wir das amerikanische System das wollten die gewöhnlichen Adeligen nicht machen wir so eine Art andere Ideen eine Art konstitutionelle Monarchie wie in Britannien das wurde auch abgelehnt und dann machte man da drüben eine Revolution führte einen Bürgerkrieg wurde dadurch endlich diese gewöhnlichen Adeligen los und gab dem neuen Regime in Russland halt eine kommunistisch-sozialistische marxistisch-leninistische Färbung einen Anstrich aber maßgeblich war Britannien und maßgeblich waren die USA ja und da ist es dann vollkommen wurschtig egal dass halt eine gewisse Prozentsatz von prominenteren Revoluzern da drüben die da benutzt und ausgestattet wurden dass halt den jüdischen Background hatten von der Familie her aber man muss rekonstruieren wer tatsächlich die Fäden zog ja und die Fäden wurden da gezogen von Britannien Britannien und den USA nicht von irgendeiner mysteriösen Windmühlen von Zion-Loge die nie existiert hat ja ich hab das alles im Detail mal raus also rausgearbeitet und rekonstruiert ja und genau dieser Adel Welfen Bettina Reginare genau der britische Geheimdienst formulierte dann oder pushte halt eben dann massiv Verschwörungsideologie die gängige Verschwörungsideologie gerade auch in der völkischen Szene in Deutschland äh dann blablabla hieß es hier noch in dieser Hohmann-Affäre ähm also nochmal die Verbindung hier zu Höcke ähm Höckes Vater hatte die antisemitische Zeitschrift die Bauernschaft des Holocaust-Leugners Thies Christophersen abonniert und sich nach dem Ausschluss von Martin Hohmann aus der CDU öffentlich mit ihm solidarisiert also wenn man sich mit Hohmann solidarisiert nach der Rede holy moly also das ist schon unglaublich krass und da sieht man halt eben wie stark dann diese Propaganda halt eben in den Köpfen in die Köpfe rein ist ähm also es ist also die Hohmann-Affäre äh nach diesen Thesen könnte man nach der Täterschaft der Judenfragen hieß es und diese mit einige Berechtigungen als Tätervolk bezeichnen damit würde man hieß es würde man nur der gleichen Logik folgen mit der man Deutsche als Tätervolk bezeichnet ähm ja und dann versucht er irgendwie so relativieren kritisierte den Begriff Tätervolk kritisierte den verbundenen Vorwurf der Kollektivschuld äh sowohl den Juden als auch den Deutschen gegenüber als absurd und unangebracht das wahre Tätervolk des 20. Jahrhunderts seien die Gottlosen mit ihren gottlosen Ideologien gewesen ja Kommunisten oder was ja aber er glaubt dann ja wieder dass der Kommunismus das wäre also wahrscheinlich glaubt er dass der Kommunismus halt ja ähm also dass beim Kommunismus halt maßgeblich waren äh äh Lev Brunstein ja also Lenin Trotzki und so ich mein äh 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 und dieser ganze Standardverschwörungskrempel der auch heute noch unverändert so im Internet zu finden ist der auch bei den Muslimen verbreitet wurde auch vom KGB dieser ganze Standardverschwörungskrempel ist so vereinheitlicht und genormt dass er überall gleich ist ob jetzt hier oder bei den Muslimen oder in Amerika in Europa oder sonst irgendwo ist es immer das gleiche und er ist auch heute genau gleich also dieser Murks ist heute genau gleich wie vor 30 Jahren vor 50 Jahren vor 80 Jahren ne vor 100 Jahren ist immer gleich und deswegen wenn halt jemand dann irgendwie so eine Rede hält jetzt nicht unbedingt so krass wie die Homan-Rede ja so irgendjemand hält irgendeine Rede und macht so ein bisschen Andeutungen und blablabla für irgendwelche Begriffe und so dann weiß ein Geheimdienst aha wenn der Wahrscheinlichkeit von 95% ja so würden die es dann vermuten wenn der Wahrscheinlichkeit von 95% ist der komplett da auf dieser ideologischen Linie und wir müssen dann nur ein bisschen bohren und dann finden wir das so ist es designt das heißt die Gesetze sind so designt wenn jemand so Andeutungen macht dann darfst du näher hinschauen wenn du halt eben entsprechendes findest hat derjenige sich halt eben strafbar gemacht beziehungsweise wenn er halt tatsächlich solche Pläne verfolgt gemäß seiner Ideologie macht er sich strafbar so funktioniert das Spiel und trotzdem sind Leute heute besessen von Ideologie also so die klassische völkische Ideologie und halt diese Verschwörungsideologie ich meine es ist eine Sache wenn man halt es ist eine Sache wenn man so einen klassischen Volksbegriff hat und so ja das ist ja jetzt so der Stein des Anstoßes bei der AfD aus juristischer Sicht also wenn die halt dann irgendwie unterscheiden zwischen jemandem mit deutschem Pass und Migrationshintergrund jemandem mit einem deutschen Pass ohne Migrationshintergrund ja wenn diese Unterscheidung getroffen wird dann ist halt die rechtliche Norm erfüllt Verdachtsfallbeobachtung bla 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 bis hin zum Parteienverbot aber es werden immer Sachen miteinander vermischt also wenn der eine sich im Land hier irgendwie anfreunden kann mit einem klassischen Volksbegriff dann versucht man ihm halt das ganze Paket anzudrehen also oh klassischer Volksbegriff und oh it's okay to be white und bla 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 und das noch mit oben drauf und das noch mit oben drauf und Putin wird dich retten und bla 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 gut ich meine es ist gar nicht so schwierig dieser App es ist gar nicht so schwierig das zu durchschauen ich meine wenn es einem so erklärt wird ich meine es hat mich 20 Jahre gedauert um halt adelige Geheimdienstnetzwerke zu rekonstruieren die letzten 300 Jahre an Geheimdiensten zu rekonstruieren das hat mich 20 Jahre gekostet aber hätte ich ein besseres Coaching bekommen also hätte mir jemand damals so ein Ding gegeben wie das hier denke wie ein Geheimdienstler Masterclass dann hätte ich das in einem Bruchteil der Zeit geschafft ja ist so es kommt immer auf das Geheimdienstliche Know-how an also hier nochmal diese Hohmann Affäre wo sich dann ähm also die Hohmann Affäre mit dem Typen hatte sich dann Höckes Vater solidarisiert hier Zitate aus der Hohmann Rede ähm hier hier Ausschnitt aus Zitate aus dieser Hohmann Rede er sagt irgendwie meine Damen und Herren es wird sie überraschen dass der amerikanische Autokönig Henry Ford ein Buch mit dem Titel der internationale Jude herausgegeben hat darin prangert Ford die Juden generalisierend als Weltbolschewisten an er vermeinte einen alljüdischen Stempel auf dem roten Russland ausmachen zu können wo damals die bolschewistische Revolution tobte bezeichnete Juden als Revolutionsmacher Ford brachte in seinem Buch eine angebliche Wesensgleichheit von Judentum und Kommunismus beziehungsweise Bolschewismus zum Ausdruck wie kommt Ford zu seinen Thesen die für unsere Ohren der NS-Propaganda vom jüdischen Bolschewismus ähneln ähm also und dann kommen da so Argumente ja aber äh hier Juden bei dem Sowjet-Kommunismus also vor allem in der Anfangsphase ähm und halt die Zäuberungen und bla 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 also so ähm war das hier in dieser in dieser Rede ich meine erstens wo war es diesem Hohmann gar nicht bekannt dass äh die Ford Motor Company halt nicht nur äh halt hier mit Nazis so fett unterwegs war sondern dass äh dass äh die Ford Motor Company auch große Fabriken hochzog in der Sowjetunion ja also anscheinend ist hat er das überhaupt nur auf dem Schirm gehabt oder er hat das einfach ausgeblendet oder er er weiß gar verstand gar nicht was da für ein größeres Spiel da eigentlich gespielt wurde ja ich meine äh rufen wir das hier mal ganz kurz auf hier hier ähm die hier diese Ford Fabriken in der Sowjetunion also hier ähm hier die Autoindustrie in der Sowjetunion oder hier ähm die die US-Firmen in der russischen russisch-dominierten UDSSR Ford in den 20s und 30s ja also das heißt ähm da wurden hier diese diese Fabriken hochgezogen hier in der kommunistischen äh Welt äh da 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 also und äh speziell hier Ford heißt es also äh 1929 ähm hier gab es äh wurde hier der dieser Obersowjet der nationalen Wirtschaft hier wurde der Obersowjet hier aktiv ähm und ähm arbeitet zusammen mit der amerikanischen Ford Motor Company und man schuf dann eben Gas also Gorkowski Automobilni Savod so ähm und jetzt äh können natürlich dann wenn jemand halt so vereinnahmt ist von der gängigen Verschwörungsideologie ähm jetzt äh könnte man versuchen solche Sachen von damals also bei anderen Konzernen irgendwie wegzureden ja diese US-Firma äh äh die war dann halt auch schon irgendwie vereinnahmt von den Windmühlen von Zion bla 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 aber wir reden hier von Ford ja ähm und äh wir reden hier von Ford äh und es gab auch andere Firmen die waren halt eigentlich also von den Familien her und so das war alles ultra rechts also zum Beispiel die Dupont-Familie Dupont war ja auch hier sehr stark ähm unterwegs in oder mit unterwegs bei den Sowjets die Dupont-Familie lebte in Amerika in Delaware wie Adelige also die haben untereinander geheiratet es gibt jetzt irgendwie 1600 lebende Duponts äh und die sind wie die Fürsten von Delaware sind das etwa auch Kommunisten hier von den Windmühlen von Zion come on come on wie lange wollen sich die Deutschen noch verarschen lassen von dieser britisch gesteuerten Verschwörungsideologie es muss einfach mal aufhören und die Nazis waren auch so blöd und die Nazis waren so unfähig im Geheimdienstbereich dass sie halt nicht nur auf diesen Case reingefallen sind sondern sie hatten dann die Nazis vertrauten dann den Adeligen hier in Deutschland ähm das war ein Spionage Fiasko das heißt die Adeligen haben ja natürlich dann die Geheimnisse rausgetragen an die Briten geliefert und so ähm und ähm ja und dann konnten die Briten halt eben noch so tun sie also der britische Adel konnte noch so tun als ähm hätte der britische Adel eben ein Interesse an ein Bündnis mit den Nazis und so so konnte man die Nazis auch nochmal reinlegen Leute ja aber anstatt dieses nachrichtendienstliche Versagen aufzuarbeiten von den Nazis und die Geschichte aufzuarbeiten ähm das ist alles das ist ihr absoluter wesenskern das ist ihre Identität das ist so ihre ihre Welterklärung ihre Weltformel und damit wollen sie auch alles retten und sie können nichts anderes als diesen Käse in die Welt raustragen und sie werden das äh auf alle ewigen Zeiten wiederholen bis sie dann mal irgendwann das gewünschte Ergebnis äh ernten nämlich nie also und ähm äh wo es hier heißt Ford brachte in seinem Buch eine angebliche Wesensgleichheit von Judentum und Kommunismus beziehungsweise Bolschewismus zum Ausbruch was ist denn Kommunismus in real existierenden kommunistischen Staaten es ist Überbesteuerung und Überregulierung es ist eine leicht rot lackierte Kopie eines mittelalterlichen Regimes in Europa nur mit moderner Industrie die man eingekauft hat also dieses ganze von wegen ja Marxismus Leninismus und alles ist irgendwie neu und wir sind so anders nein es war ganz normaler Imperialismus von Anfang an ja ob jetzt in der Frühphase mit Lenin und Stalin und Stalins Nachfolger es war Russland blieb ein ganz normales brutales Empire ja die Bauern waren nach wie vor Leibeigene ja vorher waren sie gehörten sie dem Adel und dann gehörten sie der Partei konnte es an den Zuständen nichts ändern es war und blieb Leibeigenschaft und das kriegen diese Linken bis heute noch nicht in ihre nutzlosen Hirne das heißt die absolute Baseline Reality ist ihnen verschlossen versperrt das heißt das ist so ihr ihr heiligstes Heiligtum diese kommunistische Revolution das erste richtige Mal wo es halt so eine zumindest links gefärbte Revolution gab aber die Linken betrachten das heute immer noch als echt als marxistisch leninistisch als neu als anders nichts war anders nichts war anders und was dieser Hohmann auch nicht schnallt weil er anscheinend keine Ahnung hat von gar nichts was dieser Hohmann auch nicht schnallte ist die die Geheimdienste der Zaren wurden letztendlich aufgebaut von den britischen Geheimdiensten weil die die besten waren und die die Zaren Geheimdienste die wurden dann im Prinzip so übernommen in der kommunistischen Phase also dieses ganze angeblich total eigene komische kommunisten Ding und dieses angeblich jüdische kommunisten Ding das ist Britannien all das was so also jüdisch bolschewistisch gezeichnet wird ist eigentlich nur die Techniken des britischen Empires und das ist so weiß wie es nur sein kann und nein ich will nichts hören diesen blöden Rumgewichse von wegen aber aber mit was war das mit Oliver Crumble und die Juden und so vergesst diesen Müll das steht auch in der klassischen Verschwörungsliteratur und die die das immer wieder zitieren weil sie nichts anders kennen haben keine Ahnung von der Zeit damals und von den Geheimdiensten damals oder von den Geheimdiensten heute nein schauen sie sich Welfen Bettina Reginare an das sind ungefähr die weißesten weißen Mitteleuropäer die man sich vorstellen kann und die Techniken von Welfen Bettina Reginaren von diesem Hochrad die Techniken gehen halt eben dann weiter zurück in der Geschichte gehen zurück zum Römischen Reich und die Eliten im Römischen Reich sahen halt ein bisschen anders aus als wir aussehen und ja das waren einfach die halt eben grundlegende Techniken ja und das geht dann noch weiter zurück dann wieder in den orientalischen Rom hinein in Mesopotamien das ist halt der moderne Imperialismus ja also wer irgendwie rumschmarrt vom jüdischen Bolschewismus hat keine Ahnung von gar nichts null Ahnung von gar nichts es tut mir leid und wer auf dieser Schiene landet wird immer nur verlieren und verlieren und verlieren und verlieren haben sie da draußen nicht langsam mal die Schnauze voll dass die deutschen Bürger immer wieder verlieren haben sie nicht langsam mal die Schnauze voll ja ja und jetzt die einzige irgendwie irgendwie rebellisch wirkende Partei hier die einzige Partei ist jetzt die AfD und das ist dann so 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 Vereinnahmen von Leuten wie Björn Höcke und dessen dessen Einfluss dessen Vater und so also ja dann wurde halt Hohmann rausgeworfen yeah whatever ähm bla 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 haben sich alle dazu geäußert die CDU hat sich geäußert Parteiausschluss ja dann gab es ein paar Sympathisanten und so äh bla 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 hier es gab aber keine strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn äh genau so also das war eben dieser Hohmann der wurde dann rausgekickt aus der rausgekickt hier aus der Union und äh äh ja und Björn Höckes Vater solidarisierte sich dann mit dem nach dem Ausschluss hat Björn Höckes Vater den gleichen Case gelesen wie Hohmann war er genauso unfähig das alles auseinander zu dröseln und zu bewerten hm interessante Frage ja und dann heißt es noch Höckes Vater hatte die antisemitische Zeitschrift die Bauernschaft des verurteilten Holocaust Leugners Thies Christoffersen abonniert äh und ich hab das auch schon mal geklärt in meinem Buch ähm der geheimdienstliche Einfluss auf Verschwörungsmedien äh letzten 200 Jahre ähm auch Holocaust Leugnung und äh Holocaust Leugnung und äh halt Nazirevisionismus sind die erste richtige Phase nach 45 äh in dem Genre erste große Phase kam letztendlich von amerikanischen Autoren von Elite und es also ich sag Hogan glaube ich und solche Leute also es war maßgeblich waren halt eben auch Amerikaner und so und ähm ähm es gab auch Adelige in dem Genre und ähm ja und halt was die Arbeit von David Irving und so mit dessen Verbindungen also gab es eine Verbindung von Irvings Forschungspartner zum britischen Geheimdienst und so das kam mal raus ähm ja ja und halt dann kamen dann halt immer mehr und mehr Leute in dem Genre Holocaust Leugnung und Nazirevisionismus und so und natürlich verbreiteten sich dann immer mehr und mehr Informanten hier von den Geheimdiensten man pushte halt einfach dann dieses Zeug ähm aus meiner Sicht ging es halt bei der Agenda darum einfach zu verhindern dass es eine richtige nachrichtendienstliche Aufarbeitung gibt der Vergangenheit sondern stattdessen als Ablenkungsmanöver sollten sich Leute eben abstrampeln mit gewöhnlichem Revisionismus und damit auf die Fresse fliegen und halt eben einfach ablenken von dem worauf es eigentlich ankommt es gab schon nach dem ersten Weltkrieg keine richtige geheimdienstliche Aufarbeitung hier in Deutschland das heißt es wurde komplett versäumt wer von den Adeligen hier hat spioniert fürs Ausland für Britannien also gerade die die verwandt waren mit den Briten eine richtige Aufarbeitung fand nicht statt ja und das wirkte sich dann unglaublich fatal aus und und dann kam eben dann sofort die Propaganda im Sinne Britanniens also im Sinne der britischen Geheimdienste diese Propaganda von wegen das war nach dem Krieg also nach dem ersten Weltkrieg war das ja das Narrativ die Juden seien schuld am ersten Weltkrieg und die deutschen Bürger die ja den Krieg verloren haben die deutschen Bürger sollen jetzt nicht sauer sein auf Britannien nein nein sondern die sollen sauer sein auf diese mysteriöse nicht existierende Loge der Windmühlen von Zion ich meine noch simpler und dümmer hätten wir es eigentlich gar nicht machen können denn Propaganda aber es hat damals anscheinend funktioniert im Sinne der Briten man pushte halt dann diesen Käse man hatte ja vorher schon lange vorher schon die völkische Szene infiltriert in Deutschland und Österreich also konnte man da anknüpfen und so halt eben dann diese krasse Ablenkung bringen also Thies Christoffersen zur Zeit des Nationalsozialismus gehörte er mehreren NS Organisationen an wurde er als SS Sonderführer in der Versuchsanstalt für Pflanzenzucht eingesetzt nahe dem Konzentrationslager Auschwitz Aufsicht über Häftlinge Nach 45 war Christoffersen nach eigenen Angaben politisch in der CDU und in der deutschen Partei aktiv bevor er in die NPD eintrat und die NPD der Gründer der NPD Adolf von Tatten ein Adeliger also Adolf von Tatten wurde enttarnt als britischer Agent Moment dann kam ich das vielleicht hier auch nochmal raus hier Adolf von Tatten entstammte einem alten pommerschen Adelsgeschlecht war ein Sohn des mehrfachen Gutsbesitzers Adolf von Tatten königlich preußischer Landrat des Landkreises Greifenberg Mitglied von ein paar anderen Sachen Tatten heiratete in Hannover die Ärztin Edith Lange Tochter des Oberregierungsrats und Baurats Otto Lange also gucken wir mal den Vater nochmal an hier das Adelsgeschlecht von Tatten die gehen auch ziemlich weit zurück hier heißt es geht zurück bis ne zurück also ungefähr bis ins Jahr 1500 anscheinend ne bis ins Jahr 1300 und irgendwas so weit gehen die zurück also dann ähm äh hier dieser Thies Christofferson also der hatte dieses Magazin ähm ähm ja dieses Magazin das wurde abonniert von Björn Höckes Vater äh hier Thies Christofferson also das heißt war angeblich also war ein NPD war Landwirt gab das Monatsblatt raus das er später an Gerhard Frey das er später an Gerhard Frey veräußerte das Monatsblatt deutscher Bauer ne und Gerhard Frey war ja mit der DVU unterwegs die deutsche Volksunion so eine interessante Geschichte dazu ähm ab 1951 war Frey als freier Mitarbeiter für die deutsche Soldatenzeitung aktiv die in jenem Jahr von Wehrmachtsoffizieren mit amerikanischer Unterstützung zur Förderung des Gedankens eines Verteidigungsbeitrages der Bundesrepublik gegründet worden war das Organ vertrat einen antisowjetischen Kurs und eine nationalistische Linie ab 1954 versiegten die Geldquellen der US-Regierung sowie des Bundespresse und Informationsamts Tja also das heißt das war der Background äh dann äh Christoffersen war dann begründete Zeitschrift die Bauernschaft für Recht und Gerechtigkeit der Kritikverlag Nordwind Verlagsbuchhandlung und so in den 70ern gehörte er zu den zentralen Akteuren in Kreisen der Neo- und Altnazis mit seinen Gesinnungsfreunden Manfred Röder äh und Erwin Schönborn führte etliche öffentlichkeitswirksame Aktionen durch auch zu Gary Locke Michael Kühnen und Ernst Zündel pflegte gute Bekanntschaft äh hetzte in seiner Zeitschrift die Bauernschaft gegen das Grundgesetz und warb für ein Viertes Reich die von ihm abgehaltenen Lesertreffen nordischen Dichtertage besuchten unter anderem Otto Ernst Rehmer Christian Worch und der französische Neonazi Robert Forressant ähm Rehmer Rehmer da war doch irgendwas mit Rehmer dass ich auch mal durchgegangen bin äh war deutscher Otto Ernst Rehmer war deutscher Wehrmachtsoffizier später rechtsextremer Politiker äh der Förderer von Otto Ernst Rehmer war August von Mackensen hier beim Militär August von Mackensen hier in Sachsen geboren oh 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 äh also dann äh was war dann weiter in der Karriere von Thies Christopherson 1973 veröffentlichte er auf Anregung Manfred Röders in seinem Kritikverlag in Morköch die Broschüre die Auschwitz-Lüge deren Titel zum Synonym der Holocaust Leugnung wurde versuchte nachzuweisen dass im KZ Auschwitz die Häftlinge gut behandelt worden seien so sei bei der Arbeit getanzt und gesungen worden Häftlinge seien ordentlich verpflegt worden Pamphlet erschien in mehreren Auflagen und so weiter wurde zu einer Geldstrafe verurteilt von lappischen 1500 D-Mark später folgen mehrere Verurteilungen wegen des Verbreitens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen Verunglückung des Staates Andenkens Verstorbene Broschüre Die Auschwitz-Lüge wurde gerechtlich eingezogen 86 entging Christophersen strafrechtlicher Verfolgung durch Umzug nach Dänemark das sie nicht nach Deutschland auslieferte Die Leitung der Zeitschrift Die Bauernschaft übergabe im selben Jahr Ernst Zündel von Dänemark ausbetrieb einen Versandhandel für nationale sozialistische Devotionalien NS-Propagandaschriften zog danach Großbritannien dann Belgien Schweiz und Spanien Na dann Ernst hier Ernst Zündel auch so eine bekannte auch so eine bekannte Figur kann man das alles nochmal nachdröseln also das war halt so der Vater von Höcke hatte diese Zeitung von Thies Christophersen abonniert und sie nach dem Ausschluss von Martin Hohmann aus der CDU öffentlich mit ihm solidarisiert das heißt für einen Geheimdienst ob jetzt einen deutschen oder einen britischen Geheimdienst wäre es das einfachste auf der Welt gewesen sich genau zu überlegen unter welcher Tarnung würde man sich einem Björn Höcke annähern und auf welcher Tarnung würde man sich halt eben anderen Leuten in der AfD annähern ja und ich glaube nicht dass Björn Höcke ich glaube nicht dass Björn Höcke schlau genug wäre sowas zu durchschauen ich glaube nicht dass Björn Höcke gebildet genug ist um sowas zu durchschauen ja also und jetzt haben wir jetzt haben wir also ja einen Höcke Skandal also genau dann wenn die AfD mal einen Höhenflug erlebt in den Umfragen genau dann kriegen wir einen Höcke Skandal also Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen seinen 15-jährigen Sohn erhoben Bild behauptet es handelt es sich um ein mutmaßliches Drogendelikt Deliktag vergangenen November habe es eine Hausdurchsuchung gegeben über die Zulassung der Anklage hat das Gericht bisher noch nicht entschieden vielleicht ist es ja eine völlige Bagatelle und ja und jetzt wird er eben dann natürlich ein bisschen hier eingehämmert hier auf Björn Höcke weil er hatte ja das Absenken der Strafmündigkeit gefordert erwähnt er wiederholt seine Kinder in einem positiven Kontext propagierte traditionelle Familienwerte er propagierte Recht und Ordnung ja und wenn er das halt so thematisiert hat dann dann können jetzt halt eben andere Medien halt hier diese Situation thematisieren also und und jetzt muss man sich fragen jetzt muss man sich fragen inwiefern wären ausländische Geheimdienste bereit nicht nur Björn Höcke zu bearbeiten sondern vielleicht sogar Björn Höckes Kinder zu bearbeiten also das ist so eine grundsätzliche Frage die man stellen muss wie gesagt nichts läge mir ferner als irgendeine Ausrede zu konstruieren für Björn Höcke ich denke das sollte klar sein mir geht es auch nicht darum diesem Mann zu helfen aber die die geheimdienstliche Realität ist nun mal wie sie ist und es gibt auch wie gesagt linke Kreise die vielleicht nicht davor zurückschrecken würden halt Höckes Kinder zu bearbeiten und auszuspionieren sollte man eben hier auf dem Schirm haben ja weil das ist nämlich so ein Problem das erstreckt sich nicht nur auf das rechte Spektrum sondern auch auf die Mainstream Politik auf die linke Politik das heißt jedermanns Kinder könnten eben Zielscheibe werden von einem ausländischen Geheimdienst was hätte das für Auswirkungen auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ja also wie gesagt meistens wird das immer so getan das Aufrechterhalten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung findet statt durch eben die Besäuselung von diesen Werten also einfach Slogans dreschen und Übereinstimmung zeigen mit den Werten und so aber um diese Werte tatsächlich zu leben einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung einer demokratischen Republik diese Werte zu leben braucht es halt nun mal Spionageabwehr und ein Verständnis in der Bevölkerung für Spionage sonst wirst du einfach nur bearbeitet ja deswegen auch meine Masterclass hier denke wie ein Geheimdienstler finden das unter shop.recentab.com wir haben dann auch hier auf recentab.com hier einen Vortrag gepostet von dem Herrn Fosche-Poth der hielt den Vortrag beim Chaos Computer Club also die sind eigentlich eher links und Fosche-Poth hat auch ein gutes Buch geschrieben hier der Vortrag lautet überwachte BRD also er hat dann halt eben aufgedröselt seit 1945 ein Wust angesetzen immer neuen Regulierungen und die Briten und die Amerikaner die können hier wirklich schon alles mögliche ausspionieren ja und die deutschen Behörden müssen da immer irgendwie da mitdackeln und mitmachen und so und es ist halt auch immer so ein Tausch das heißt der Verfassungsschutz war immer so klein dass er halt bestimmte Kernaufgaben halt irgendwie nur wie aus meiner Sicht wie sollte der diese Kernaufgaben erledigen ohne die Hilfe der Briten und Amerikaner ohne die Hilfe vom GCHQ und NSA und so ähm also Foschepot hat da schon mal einiges erforscht hält den Vortrag hier beim Chaos Computer Club das sind Linke ja ähm also das heißt man muss damit rechnen dass amerikanische und britische Dienste auf deutschem Boden operieren und seit Jahren fordern CDU CSU Politiker sogar Kinder unter 14 Jahren nachrichtendienstlich beobachten zu lassen etwa im islamistischen Milieu erst 2016 wurde die Altersgrenze von 16 auf 14 Jahre herunter gesetzt in Deutschland gäbe es mindestens eine niedrige dreistellige Zahl dschihadistischer Familien mit einer mittleren dreistelligen Zahl an minderjährigen und jungen Erwachsenen heißt es in einem Bericht so die amerikanische NSA kann im Prinzip nach eigenem Ermessen abgesegnet durch ein geheimes Pfizer-Gericht deutsche Islamisten auf die sogenannte Selektorenliste setzen wer darauf landet Einbruchsmethoden gegen Handys und Computer wenn die Amerikaner den deutschen Behörden einen entsprechenden Hinweis geben kann die Information dankend entgegengenommen werden in Bayern informierte uns eine Broschüre über das neue Verfassungsschutzgesetz das heißt Radikalisierung ist keine Frage des Alters der Fall einer 15-Jährigen die 2016 in Hannover eine Messerattacke mit islamistischem Hintergrund auf einen Bundespolizisten verübt hat zeigt dass eine Radikalisierung schon im Kindesalter beginnen kann die Täterin hatte bereits als 7-Jährige Kontakt zu einem bekannten Salafisten Prediger und rezitierte mit ihm in einem Video Koranverse das neue Bayerische Verfassungsschutzgesetz verzichtet daher auf eine Untergrenze für das Alter der Personen über die Informationen gespeichert werden dürfen was soll da schon schief gehen das Anwerben von minderjährigen V-Personen ist der Behörde aber nicht erlaubt ich bin mir nicht ganz sicher ob das überall in Deutschland gleich ist wie sieht es aber aus mit den britischen oder amerikanischen Diensten also in Britannien in Amerika oder wenn der amerikanische Dienst hier irgendwas macht gegen deutsche Ziele würden die Minderjährige rekrutieren um irgendwo reinzukommen in ein Milieu um irgendwie eine andere Zielperson ranzukommen hier Harold Hampstead in den USA wurde spätestens mit 16 Jahren ein Informant der Polizei vielleicht sogar mit 13 schon wurde bezahlt heißt das er lieferte Infos über Drogendeals bekam dafür Geld das ist lebensgefährlich für einen Erwachsenen das Recht für ein Kind einen Monat vor seinem 18. Geburtstag wurde Chad McDonald getötet weil wie seine Familie behauptet eine Gruppe mutmaßlicher Drogendealer herausgefunden hatte dass er ein Spitzel war Undercover Informant der Polizeibehörde in Orange County eine Analyse der Durchsuchungsbefehle des US Bezirksgerichts in Atlanta Georgia aus dem Jahr 1989 ergab dass die Polizei in 90% der Fälle vertrauliche Informanten einsetzte also nur mit Informanten kriegst du einen Durchsuchungsbefehl ja und es gab jetzt eine Hausdurchsuchung vor ein paar Monaten Bayer ältere also das heißt junge Informanten können der einzig praktikable Weg sein Zugang zu bestimmten Subkulturen zu erhalten der Forscher Jacobs beschrieb beispielsweise in einer Studie über Undercover Agenten an Highschools wie Beamte Informanten beschäftigen die Informationen liefern und soziale Interaktionen ermöglichen mit Zielpersonen wow in den meisten Fällen heißt es von den Forschern werden Jugendliche für Ermittlungen zum Drogenhandel rekrutiert und in einigen Fällen werden sie eingesetzt um Banden zu infiltrieren aha also stellen wir uns einfach mal das hypothetische Szenario vor ein ausländischer Geheimdienst infiltriert das Umfeld von Höckes Sohn ohne das Mitwissen deutscher Behörden also erst kommt man an irgendwie das Umfeld vom Sohn ran dann an den Sohn und dann vielleicht über den Sohn an Björn ran so könnte das so könnte man sich das vorstellen ähm ja und diese theoretische Problematik erstreckt sich auf das gesamte rechte Spektrum in Deutschland und auf das restliche politische Spektrum nach amerikanischem Recht reicht es bereits dass deutsche Politiker und Influencer gerne die Bundesrepublik aus der NATO herausbrechen wollen Russland Sympathien haben oder den deutschen Staat drastisch verändern möchten also kannst du auch Linke natürlich dann überwachen und bearbeiten die Schwelle ist erreicht in der die USA sich in ihren Interessen berührt sehen und geben den Fall weiter an die vielen Geheimdienste die dann in der BRD operieren nach 45 bauten der US-Geheimdienst und der britische die deutsche Politik neu auf die Akten sprechen eine deutliche Sprache führende Politiker waren nachweislich rekrutiert worden vom Counterintelligence Corps später durchgereicht an die CIA ja und der neue Verfassungsschutzbericht listet wie üblich dröge Statistiken auf sowie allgemeine Infos die man in der Zeitung findet Innenministerin Fäser hatte angeblich laut Informationen des Fokus die Verfassungsschützer primär verwendet für die Jagd nach Rechtsextremisten nicht gegen Rosenspionage im Verfassungsschutzbericht wird aber klar dass das rechte Spektrum insgesamt sehr schwach aufgestellt ist insbesondere was geheimdienstliche Kompetenz angeht während die Russen und Chinesen sehr professionell sind der Verdacht liegt nahe dass der Verfassungsschutz Kernaufgaben auslagert auf Dienste der Five Eyes Länder also vor allem Britannien und Amerika ich meine wie wollen die das wie wollen die das denn packen mit dem Minipersonal beim Verfassungsschutz das heißt sie sollen Islamisten beobachten und Rechtsextremisten Linksextremisten und das und jenes und Türken und so und dann auch noch die große Spionageabwehr machen gegen Russland und China ne das kaufe ich denen nicht ab dass die das wirklich hinbekommen also werden hier Kernaufgaben ausgelagert ist das nicht interessant hier für die Steuerzahler zu wissen ja ähm und ich meine es ist ja ein riesen das ist ja wirklich ein Universum ein Unterschied ob du jetzt hier als als deutsche Behörde ob du jetzt hier abwehren musst gegen einen feindlichen Nachrichtendienst absolute Pros den es wie bei dem Fall der Russen denen schon mehrfach gelungen war den Verfassungsschutz zu infiltrieren das heißt du hast mit solchen Leuten zu tun und dagegen sind solche Rechtsextremisten mutmaßlichen Rechtsextremisten einfach nur Kinderkacke ja einfach nur so Standardideologen die sich da irgendwas abgeguckt haben was sie gar nicht wirklich nachvollziehen können also so Ideologen die immer das gleiche sagen und das gleiche denken und ähm die solche Ideologen die keine Ahnung haben von Geheimdiensten die kannst du natürlich leicht einfangen und zu kontrollieren also für das Wähler- und Unterstützerklientel der AfD ist die Einstufung der Partei durch den Verfassungsschutz eher wie ein Stempel ein Stigma das es zu ignorieren geht es geht aber um die Infiltration der Partei durch internationale Dienste vor allem ein viel größeres Problem und komischerweise niemand von diesen ganzen Leuten aus diesen Höcke-Fankreisen oder jetzt so aus den anderen Gruppen die da im Zusammenhang genannt werden im Verfassungsschutzbericht dem Neuen also die reden immer nur ja Stigma Verfassungsschutz wird missbraucht von den klassischen Parteien immer die gleichen paar Sätze und dann redet man vielleicht noch so ein bisschen über den Verfassungsschutz also über dessen tatsächliche Operationen und den möglichen Operationen aber kein Hans rede da über ja was ist eigentlich mit dem britischen Geheimdienst und dem amerikanischen was machen die gegen die AfD und was für Erfolgsaussichten haben die bei der AfD hier Kontrolle auszuüben sind diese AfD Leute führende AfD Leute sind die kompetent genug um ihre wahren Ansichten zu verbergen vor den mächtigsten Geheimdiensten der Welt das sollte man sich mal durch die Platzbirne gehen lassen diese Frage ja ein bisschen Glatzenpolitur mal draufreiben meditieren vielleicht kommen dann ein paar kreative Gedanken mal also Verfassungsschutz darf nur beobachten und im gewissen Rahmen natürlich heißt das infiltrieren nicht maßgeblich das Beobachtungsobjekt steuern für ausländische Dienste gelten solche Beschränkungen anscheinend nicht wie man beim NPD Gründer gesehen hat Journalisten vermuten den Baron von Fink als Geldgeber der AfD dessen Großvater bekam seinen Adelstitel und seine Bankerkarriere von adeligen Netzwerken die möglicherweise mit dem britischen Geheimdienst zusammenhängen also im Publikum wird immer eingehämmert es kommt nur auf Ideologie Übereinstimmung 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 alles andere zählt nicht und mit genügend Übereinstimmung der Ideologie da werden wir alle unsere Probleme lösen so wird dann eben dann suggeriert dass auch niemand auf die Idee natürlich dann kommt hier nachrichtendienstlich zu rekonstruieren was eigentlich gelaufen ist die letzten 300 also vor allem die letzten 300 Jahre ja so sieht das aus right also das heißt wenn irgendwelche höheren Leute bei der irgendwelche höheren Leute bei der AfD wenn die da eingeladen wurden auf irgendwelche Schlösser und und irgendwelche völkischen Rituale und so völkische Logen und halt immer mit Adel und Kontakt Leute vom Adel und so wenn sowas vorgefallen ist ist das alles eine Falle sorry Bros euch diese euch diese Bubble hier diese Wunschbubble hier zum Platzen zu bringen ja diese Luftblase boop das ist eine Falle das ist eine komplette Falle ja und wer weiß vielleicht hängen manche schon viel zu tief drin kommt dann nicht mehr raus